So, willkommen zurück. Wir haben Zelda im Schlepptau und müssen jetzt einen Weg aus dieser Vermaledeitenburg finden. Aber das sollte uns ja nicht allzu schwer fallen. Hau ab, meine Prinzessin. Meine Lustsklavin. Jeff, tut mir leid, ich habe eine neue Lustsklavin. Nein, Quatsch. Jeff ist immer noch mein Lustsklavin. Und jetzt müssen... Vom Thronseil aus gibt es einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen. Nur Mut. Ich brauche keine Geistlichen, um Hilfe zu kriegen. Wenn irgendwas passiert, es war... Es war... Gottes Wille. Gottes Wege sind unergrundlich. Bla. Kommt her, ich bin besser. Jo, ist gut. Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Es ist nämlich stockfinster dort drin, ohne Licht. Und man kommt nicht so weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her, hilf mir beim Schieben. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Nun, mach schon. Wir müssen das linke Ei anpacken? Was? Ich mache doch die ganze Arbeit alleine. So. Hey, wie schön, oder? Oh, jetzt kommen diese Scheiß-Aua. Ich hasse diese Ratten. Aber das war meine eigene Schuld, weil ich einfach so schön hohl bin. Ding! Burn in hell. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das. Komm her, Ratte. Komm her. Bleib stehen! Bam! Okay. Jetzt muss ich nur gucken, äh, wo war noch ein... Betrug! Nein, hier gab es ja noch keinen Schlüssel. Ah, ich bin so schlau. Ah, ich hasse das. Ich hasse diesen Scheiß anfangs. Und... Es kommen ja auch gleich Schlangen, sofern ich mich nicht täusche. Oh ja. Stirb! Ich mag Schlangen. Ich liebe Schlangen. Aua, das war Betrug! Drecksvieh! Oh, Fledermalse, muss das sein? Der hat nix. Da ist noch eine Schlange. Schlangi, Schlangen. Schlangen. Schlangen, Schlangen. Nein, ich verdrück mich die ganze Zeit. Ich stepp. Und was gibt's auf der anderen Seite? Eine Kiste mit einem Schlüssel. Welch Überraschung. Und welche Überraschung ist, dass hier eine verschlossene Tür ist? Conan, vorwärts! Es ist ja nicht mehr weit. Nur noch durch dieses Gewölbe und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Oh ja. Ich bin so imber. Ich bin so imber. Drecksdinger. Dring! Ich hab auch nix gegen Mäuse. Mäuse und Ratten, ich mag sie. Ich mag jedes Getier. Außer Mücken. Wie ich eben leider feststellen musste, denn ich habe einen Wutanfall bekommen. Ey, ich will... Aua! Blödes Vieh. Geld! Aua! Mann! Warum muss ich mich immer verdrücken? Wir gehen einfach mal nach oben. Glaube ich. Das ist total ätzend, hier nix zu sehen. Oh toll, ich brauche einen Schlüssel. Ja. Gibt's hier oben noch? Ne, natürlich nicht. Oh mein Gott, wir sind draußen. Schlachten. Nein! Iiii! Ich weiß nicht, warum die meisten Frauen so viel Angst vor Mäusen haben. Ich muss meistens welche retten, wenn meine Katzen wieder mal irgendwas anschleppen. Aua! Au! Gib mir ein Herz. Och, du Geizkragen. Oh, ganz schweres Rätsel. So. Ja, ich lass halt wirklich Sarkasmus wieder raushängen. Das war für den Popo. Conan, hör auf, die Karte aufzumachen. Ich war's nicht schuld. Das war Link. Conan. Lass ich treffen. Uah! Ha, 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 ha. Ich bewerfe gerne Leute mit Töpfen. Mit unbezahlbaren Ming-Vasen. Hinter dieser Tür liegt die Kathedrale. Zum Öffnen musst du an einem der Hebel ziehen. Oh, warum gibt's nur zwei? Vielleicht, weil es eine Falle ist? Und ich krieg ganz viel Geld. Ich glaub, das... Zier... Das da war der Richtige. Der andere, da kommen ganz viele Mäuse oder Schlangen runter. Ja! Wir haben's geschafft! Huuuuhu. Ein Wunder, Prinzessin Zelda. Ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Conan? Huuuuhu. Ja, richtig. Conan half mir, aus dem Kaker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort, was Arganem plant. Es ist unfassbar. Er drohte mir mit den Worten. Wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der Weisendre... Der Sieben Weisendre... Wenn ich nicht mit dir fertig bin, dann sitzt du im Rollstuhl. Bitte, Conan, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in die Klauen des Bösen gerät. Wenn er das Siegel der Sieben Weisen bricht, werden böse dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an, vernichte Arganem, denn nur du bist dazu in der Lage. Bitte! Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Arganems Taten und seiner schwarzen Magie. Nur eine Waffe ist imstande, im Kampf gegen die Macht des Zauberers zu beschehen. Das sagenhafte Master Schwert. Doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge. Ach nein, er spricht das scheiße. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahrer der Sieben Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall. Prinzessin Zelda, verstecke ich hier bei mir. Ich markiere dir das Haus Sahasralas. Meine Güte, was für Namen. Auf deine Karte, aber nimm dich in Acht. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Nee, bin doof und hab mir Kupan im Stück Brot. Natürlich. Kiste. Herzteil. Herzteil, hör auf dich zu mir zu... Verfolgungswahn. Ach nein, ein ganzer Herzcontainer sogar. Ja. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Ich alter Spielkind. Ah ja, ich liebe diese Kirschenleier. Auch wenn ich Kirsche, Religion und was auch immer hasse. Naja, hasse nicht, aber... Äh, Karte. Solange man mir nicht seinen Willen aufzwingt, äh, seine Religion, seinen Glauben aufzwingt, ist mir das so bumms. Tü, 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 tü. Komm her. Come on, come on. Ah! Aua! Asloch. Meins. Tü. Oh nein, Zoras. Ich hasse Zoras. Tut mir leid, Frau Goggi. Dich hasse ich nicht, du bist eine Ausnahme. Tü, tü. Oh, wie schön. Hier gibt es jetzt erstmal sehr viel zu erledigen. Das ist das Haus Saraha. Saras. Gesucht. Entführer von Zelda. Schlagen sie Alarm. Ähm. Fick dich. Mann, was ist denn heute schon nochmal hier los? Kaum scheint die Sonne, schon fahren sie ja alle rum wie die Bedepperten. Wer ist das? Oha, Conan. Dieses Haus war früher das Versteck. Einer Diebesbande. Der Name des Anführers? Ach ja, blind hieß er und hatte, und hasste gerade das Licht über alles. Very interesting, Mister. Hier kann man, hier kriegt man Kisten mit ganz viel Geld drin. Wenn man das Rätsel richtig löst, doch ich schaff das sicher nicht. Auf mit dir. Ach, den hab ich ja schon. Och Mann. Ja, hier muss man mal zweimal rein. Und da ist was für eine Bombe. Nur leider hab ich keine Bombe. Oha, ich kleines, armes Kind. Zick, 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 zick. Und unsere Zeit ist schon wieder vorbei. Ich werde mich jetzt nur noch vor den Ausgang des Hauses begeben. Ah, ich liebe diese Musik. Ich liebe die Musik. Gut, Leute. Ich werde hier einen Schnitt setzen und wir sehen uns dann gleich wieder. Oder später oder irgendwann. Wir werden sehen. Also, bis dann. Bis dann.